Ich lerne Deutsch. Nummer 357 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich bin ganz allein hier, es ist niemand da. Ich bin ganz allein hier, es ist niemand da. Ich muss bis spät in die Nacht arbeiten. Ich beantworte sogar E-Mails im Bett. Das Buch ist toll. Evelyn hat ein Pferd von ihrem Vater bekommen. Das Buch ist toll. Evelyn hat ein Pferd von ihrem Vater bekommen. Wenn du morgen Überstunden machst, dann brauchst du Freitag nicht zu arbeiten. Wenn du morgen Überstunden machst, dann brauchst du Freitag nicht zu arbeiten. Ich lese gerade die Statistik vom letzten Monat. Du hast gute Arbeit geleistet. Ich kann dir nicht mehr helfen. Du kommst immer zu spät zur Arbeit. Ich kann dir nicht mehr helfen. Du kommst immer zu spät zur Arbeit. Ich habe heimlich Schokolade gegessen. Sie ist so lecker. Ich habe heimlich Schokolade gegessen. Sie ist so lecker. Mir scheint, dass die Waschmaschine zu groß für mich ist. Was willst du von mir? Ich verstehe dich nicht. Was willst du von mir? Ich verstehe dich nicht. Die Bäume im Garten müssen dringend beschnitten werden. Ich habe den Gärtner angerufen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Mein Herz gehört nur dir. Bitte glaube mir. Ich meine es wirklich ernst. Mein Herz gehört nur dir. Bitte glaube mir. Ich meine es wirklich ernst. So sieht ein moderner Intercity im Kinderzimmer aus. Gepflegte Zähne sehen strahlend, weiß und attraktiv aus. Gepflegte Zähne sehen strahlend, weiß und attraktiv aus. Nach dem Hauptgang gibt es ein leckeres Dessert mit Erdbeeren und Heidelbeeren. Nach dem Hauptgang gibt es ein leckeres Dessert mit Erdbeeren. Erdbeeren und Heidelbeeren und Heidelbeeren und Heidelbeeren. An der Decke ist ein Wasserschaden. An der Decke ist ein Wasserschaden. Wir müssen herausfinden, woher das Wasser kommt. Jeden Morgen ab 5 Uhr liegt die Tageszeitung in unserem Briefkasten. Ben überwacht den Erfolg seines Trainings mit Hilfe einer Smartwatch. Ben überwacht den Erfolg seines Trainings mit Hilfe einer Smartwatch. Warum ist hier so ein Lärm? Ich kann die Lautstärke nicht ertragen. Wie viel muss ich dafür bezahlen? Reichen 80 Euro? Wie viel muss ich dafür bezahlen? Reichen 80 Euro? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.